Helfast, das ist Fahrnummer 25. Eine ganz schlechte, das ist aber bloß unterbrechen, denn die ist 0,3 oder eine neue Weltplan gefahren, und zwar von Schiedkirchen aus Belgien, 46,65 Sekunden. Hier habe ich den Abschiedkirchen Nummer 34. Schieffel, der Krabbel, der Rästchen, 5,6. Ja, und Katja, Helfast ist unterwegs, meine Damen und Herren. Hopp, hopp, hopp! ... Feier in diesem Jahr so ein Zoll erfolgreich. In Schweizer, bei der deutschen Meisterschaft, gab es dann Zoll- und Hoch- und Zidim. Hü-hü! Das ist die Idee, das haben Sie mir bringen. ... die Zoll-Pedalche! Ich habe mich gestern Mode beraten. Das ist ganz nett. ... Hü-hü-hü! Hopp, hopp, hopp! ... Hü-hü! ... Ganz schnell! In 59,56 Sekunden hört sich Hü-hü! Hü-hüi! ... Pus. ... 59,65 Seks. ... 5571. ...